Meine Frage des Tages ist, ist es besser, nach Drogen süchtig zu sein oder Drogen süchtig zu sein? Denk da mal drüber nach. Was sagt ihr zu Döner mit Pommes anstatt Fleisch? Also fast vegan bis auf die Soße. Der Mikro nimmt nicht auf. Existieren fällt mir sehr schwer in letzter Zeit, würde mich gern motivieren, doch bin auch nicht so weit, kann ich nicht kommunizieren. Jetzt nimmst du auf, Silber. Ich weiß nicht. Aber erst wenn du. Existieren fällt mir sehr schwer in letzter Zeit, würde mich gern motivieren, doch bin auch nicht so weit. Existieren fällt mir sehr schwer in letzter Zeit, würde mich gern motivieren, doch bin auch nicht so weit. Kauaii. Noch einmal. Eis an der Lunge. Ich trinier mir meinen Asthma auf mit Rappen. Gute Therapie. Sehe ich so aus, als ob ich auf die Werbung reinfall, ziehe am Joint meine Synapsen klatschen Beifall. Ich weiß nicht was genau. Der Producer man, der gerade macht, der macht gerade auch immer Magic. Sehe ich so aus, als ob ich auf die Werbung reinfall, ziehe am Joint meine Synapsen klatschen Beifall. Nach einem Jahr bin ich dann frei, doch es kommt mir vor wie drei verlorene Zeit. Ich glaube, Mann hat mich verarscht. Oh. Mir wird schlecht, als er das sagt, ich muss auf Klo. Ich erinnere mich an nichts, wer hat denn mein Hirn gewichst? Ey! Boah! Mmmm. Hallo Leute, gleich heißlet wieder Chaggy mach die Platte aus. Platte aus, Platte aus. Chaggy mach die Platte aus heute gibt's noch noch Frideln. Chaggy wischt die Tische ab, Tische ab, Tische ab. Chaggy wischt die Tische ab. Die Leute wollen essen. Die dritte Strophe verratschüchtert nächste Mal. Bis bald, eure Juggie. Die dritte Strophe.